Um etwas Neues zu arbeiten, muss man viel arbeiten und ganz am Anfang anfangen. Während einem ganzen Jahr bin ich nie getuschen, und das obwohl ich ja keine Frisur habe und gar keine Haare, die ich waschen müsste. Aber ich habe meine Fingernägel geschnitten, wie man auf dem Bild sieht. Also ich muss natürlich schon sagen, das mit den Fingern ist natürlich sehr geil. Was mich anscheisst, ist, dass du jedes Mal Handwaschen gehen musst, aber easy. Also wir haben uns sehr viel überlegt, die wir in den neuen Tasten gemacht haben. Also ich kaufe den neuen iPhone ganz schnell, weil sonst komme ich zu dir nach Hause und ich kiffe den Flatteren. Das iPhone 5s ist das beste iPhone seit dem letzten iPhone. Das iPhone 5săje